Der Komptometer 1887 von Dorffeld erfunden, war die erste mechanische Rechenmaschine, die ausschließlich durch das Drücken von Tasten bedient wurde. Jede Dezimalstelle hatte eine Reihe von neun Tasten mit den Werten von 1 bis 9. Obwohl der Komptometer hauptsächlich zur Addition und Subtraktion konstruiert war, beherrschte er auch die anderen Grundrechenarten. Alle Dezimalstellen der zu verarbeitenden Zahlen konnten gleichzeitig oder nacheinander eingeben werden. Durch die gleichzeitige Eingabe konnten die Zahlen im Vergleich zur sequentiellen Eingabe bei heutigen Taschenrechnern wesentlich schneller eingegeben werden. Es gab Komptometer für Spezialanwendungen wie zum Beispiel zur Währungsrechnung. Diese Versionen konnten zwischen 30 und 100 Tasten haben. In einigen Bereichen waren Komptometer noch bis in die 1990er Jahre in Benutzung.